Was ist das Plakat? Dankeschön. Oh, bei mir hat es abgestürzt. No. Aber komplett, eh. Wie ein Desktop. Ja sowas bei mir vorhin auch. Ich höre es erst hier und dann über die Kopfhörer. Gar nicht nervig, nein. Hey, ich möchte das Auto fahren. Bist du wieder da? Ja. Okay, das ging schnell. Ach so, hat jeder nur eine Waffe, okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum da immer nur drei Medikits liegen für vier Leute. Tja. Na egal. Na dann, auf, wenn's Getümmel war. Andere Seite. Tadum. Habt ihr eigentlich ne Pistole und ich nicht? Da müsste noch eine liegen, weil ich hab meine weggeworfen. Aber das war doch gerade in Deutsch, oder meine ich das nur? Was? Das Spiel. Plötzlich reden alle Englisch bei mir. Nein, egal. Ja, vorher war es stimmt, vorher hat er immer gesagt, klar, den Nachwitz. Ja. Ja. Boah. Keine Ahnung, wo es lang geht. Ah. Endlich. Krieg die Tür nicht auf. Das ist eine Brandgranate. Ja, ich hab's hier genommen. Ach, falsche Tür. Oh geil, ein Kanister, oh. Oh, das war. Nein, war doch gerade noch. Okay. Jetzt nochmal Tabletten. Falls jemand möchte. Ich lebe gesund. Okay, dann nicht. Oh, hier hat's einen Granatenwerfer. Den nehm ich gleich mal. Der Mann fürs Grobe. Oh ne, der muss da hier im Schuss nachladen. Okay, dann haben wir's. Dann können wir loslegen, oder? Die Frage, wo geht's raus? Aller hinten bestimmt. Oh nein. True. Nein. Nein! Oh, der kommt ein ganz großer. Hinter uns kommen auch welche runter. Okay, irgendwo rennt was Trampleggers? Ah, der oben! Och, dein Ernst. Ich hab nen Jockey auf mir und da oben ist der Fette. Und da oben ist der Fette, da oben ist der Fette. Na toll. Jetzt ist mein Dings auch noch leer. Der nimmt uns komplett alleine auseinander. Jetzt. So, einmal Dings hochhelfen? Ich hab halt glaub knapp 30 leeren. Hinter euch! Fuck! Das ist jetzt doof wo ich hin bin. Weg, 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 weg! Scheiße! Okay, ich bin tot. Das ist noch ein Helfpack. Das ist noch mein Medikit. Super, jetzt hat nur noch der NPC kein Dings, das macht sie ja nie. Achso. Da gibt's auch noch Schmerzmittel, Mario. Wo? Wo? Ja, das ist auch von mir. Ja. Da war auch jemand nett. Da werd ich schon drauf gehen, ne? Gebe ich euch wenigstens. Ach, du bist dann tot? Ja, ich bin tot! Ja, aber du kommst bestimmt gleich. Bestimmt. Mit meinem Granatenwerfer krieg ich jede Tür auf. Ich zeig euch Bescheid, wenn ich mich seh. Mhm. Look at this. Here we go. Na, jetzt irgendwo, oben. Okay, dann gehst du. Ja, tatsächlich, dann bin ich ja. Danke. Hier ist noch irgendwas zum Aufsammeln. Bringen wir sie. Hier. Gleich, ich brauche erstmal ne Waffe, Ding. So, jetzt kann ich das aufsammeln. Okay, ich habe jetzt ne Waffe ohne Munition aufgesammelt, du wirst mich grad verarschen. Ja, da hab ich da hingelegt. Ja, danke. Da hast du noch eine mit Munition. Ich hab, ich hab, alles gut. Vorsicht, da ist so ein Fetter draußen. Ja, genau so, ja. Kaiono P här. Di weg. Ich bismo dich das hier geht. So, ja. BaP jetzt mal wieder. Machina. Oh. Oh. wie kommt mir dann noch mal hoch ist überhaupt nicht effizient das ding ich hab den gekillt ich hab fast reingelaufen irgendwo hier ist auch eine witch ok wir haben die witch wenn sie jetzt noch einer sieht da war wird es dann auch gerne direkt hinter dir das ist ja alles gut ok was ist das für ein Vieh das ist hier oh shit weg hier ich probiere jetzt weiß ich echt nicht wo ich hinlaufen muss ich bin verwirrt ja kevin müsse noch dahinten abhängen glaube ich ja ich sei dahinten nicht gelaufen wer wird denn dahinten das ist doch kevin ja ja und die anderen beiden sind schon ganz vorne und ich stehe allein in der mitte würdest du kommen ja ich hab das nur ganz viele gegner ich hab den schutzraum gefunden gesehen die händische schaum und ihr kommt nicht rein kameradschaft kann ich ja nicht irgendwie rennen oder ist er halt so langsam okay scheiße wir sind doch gleich im schutzraum danke sehr freundlich vorm schutzraum da steht glaube ich einer und will uns einen kragen ja den habe ich versucht zu treffen aber ich habe nur noch die hand da kommt noch einer mit so einer zunge scheiße meine muni ist leer ja da ab jetzt rein da bitte wo bist du komm rein komm komm doch rein ein gegner der hat dings fallen lassen was medikit digga ob sie haben was die tür von den also zu schluss Okay, außerdem war das Pilgrim und kein Medikid. Nein, so ein Medikid. Du musst mir die Tür aufmachen, bitte. Danke. Ey, Digger. Alter. Ja, das war ja nützlich. Oh, richtig. Nice kills. Oh, Gott. Das irritiert mich voll. Warum bist du jetzt nicht mehr die Frau? Guck, jetzt kommt da die Brücke und zweitens im Untergrund. Sieh, das geht dann immer weiter. Das sind einzelne Missionen. Ja.